das ist ja schicksal dass ich endlich mal Glück habe beim Pokémon fangen es war echt richtig schlimm ganz schlimm das ist mir aufs Gemüt gegangen die müssen sehr kaum sein oh ja, hast wieder den Mund offen ok oh, mach's nicht wieder zu oh, ich muss mal ein Pokémon halten verdammt das mache ich jetzt nicht im Kampf ich bin noch nicht behindert ok ok ja, das einzige was nicht besiegt ist unter anderem ok ok und jetzt nochmal speichern aber jetzt geht's los ich besiege dich, ja oh, musste ich gar nicht schwächen also also ihr wisst schon nein oh alles, ne gut, es war eh nicht gut kommt schon das Glück dafür ist nicht wieder zu Bad Luck werden was was das geht so viel zu schaffen ich dachte oh, das ist gut ach ach Bomm und ich brauche ich noch aus dem Wicht ich den Kampf länger macht, dass ich vielleicht mit einem Teil ab na komm schon na ich muss nicht schwächen und sonst will ich keinen Bokeball einsetzen und ich Angst zu Angst zu verlieren ja noch einmal ok ich glaub das lang oh nein oh nein ich glaub es geht wieder los oh es scheint nicht so gut zu sein oh oh sie zieht mir so viel ab oh 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 nein oh nein ich hab grad zu meinem scheiß Glück geschaut sie macht gleich immer einen anderen das kann ich auch vielleicht kannst du mal einladen okay das war sogar gut ein Angriff aufziehen na komm schon komm schon seit kommst du bist schlimm das war das Schlimmste von allen ich heiße dich drede ich wenigstens ein bisschen hast du nicht gesehen, was ich mit deinem Bruder gemacht habe oder deinem Feind oder dein deinem deinem SAI es ging weiß oder schwarz egal es hat Yin und Yang und ich hab dann Yin und Yang besiegt als von beiden also dabei nein zu Hause der Kuppes lässt sich so schwer fangen ach komm das ist der Ball nur noch ein Teil auf ein Oh ne der geht überhaupt nicht und ein Nestball und der hat sich sogar mal gedreht ich glaube demnächst hat man sich schiebt mach die übliche oh ich will sie gehen seit komm du muss natürlich wieder die extra war ist nicht gut Beleber Supertrank Baumann Baumann Na was doch wenigstens Baumann einmal dich angreifen kann doch nicht außer dich zu schwächen natürlich Na und dann geht die Attacke natürlich wieder das mache ich damit ich den Timerball vielleicht irgendwie einsetzen kann und wie war dein Tag so Seko nicht so gut das kann ich verstehen da dreht sich überhaupt nicht nein okay oh so meine einzige Hoffnung die einzige Möglichkeit auf Heilung die Möglichkeit zur Bestimmung zu kommen die Möglichkeit zur Bestimmung zu kommen wäre dich zu fangen um 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 zu 2 was für mich so viele AP geht auch sehr gut Donnerwehr es ist nicht so gut die Billungen zu betreiben dazu ein Kassel ist bei für sie hat machen nicht mehr nett nicht mehr nett hallo wirksam jetzt könnte man nicht fangen würde ja setzte Versuch was endlich Fertigke werfen Geratina wie fast alle paralysiert Scheißstrache Elektro Na komm schon einmal rein das ist netter drin so ganz viele Freunde Fertigke auch 3 mal und muss er überzeugen mit Willenskraft das ist einer der längsten Scheiß-Kick mit die wir waren die Post 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 so na los ja am ersten Versuch ich hab Angst, dass ich dich besiege bitte äh ich bin auch ganz noch ganz nett zu dir bitte komm schon muss ich dich wirklich anflehen und bitten und betteln und anflehen eben bloß dieses schicken Papier zurück niemals was auch so besiegt ich hab grad nicht hingeschaut deswegen das ist nicht ganz schönes Wetter heute ja also es tut mir leid, dass ich diese Parts nicht so klein machen muss mit jeweils einem Blick in der aber ich bin jetzt durch, dass ich sage ich glaub immer noch im Urlaub ja und da wird's wohl schwer was aufzunehmen und dann füge ich mein Laptop mit und mach's wie Krog ich hab's gefangen ja ich hab's gefangen es ist benutzt so ein Schwanz, um so rückwärts in den Boden rein zu rammen es macht sein Nest unter dem erdeteil ich seh jetzt Kyurem in der Mitte das könnte ich mir nämlich gut vorstellen oh ne doch nicht kann ich wenigstens fliegen okay okay also das war wenigstens heute produktiv und größtenteils auch nett was sowieso seid ihr nicht in der gescheiten Box so ich hab zwei von den drei Fliegis und dich und oh die Box wird langsam vor oh man ich muss noch ganz viel legendärer Pokémon fangen das wird mehr als eine Box glaub ich die Box wird echt voll also na aber hallo ich muss auch noch die drei Vesprit, Tobuts und Selfie fangen Selfie okay und dann noch ähm ich weiß nicht ob ich es dafür mit Kobalium Terrakium und Viridium die kommen zufällig angeblich aber das sehen wir alles im nächsten Part von Let's Play Pokémon Light Platinum ich hoffe ihr seid wieder dabei ich kann auf euch zählen und ja ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche und ein schönes Leben Servus und eine kleine 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 kleineKay auch ein schönes Leben eines wolves Clip Vielen Dank.